jo leute willkommen zurück zu einer neuen runde predator hunting crowns ja wieder als predator hier unterwegs in dieser folge hier und ja wollen wir mal schauen wie die runde wird so als predator hier so und mittlerweile muss ich einfach ganz klar sagen habe ich immer mehr erfahrung so hier drin im predator spielen ja ist ja jetzt auch das dritte mal dass wir den spielen im multiplayer hier von daher sammelt man da ja auch erfahrung so einmal unsichtbar jetzt gemacht hier okay wird auf jeden fall scharf geschossen ich muss das schauen wo wir die echten spieler sind ok da unten liegt wohl einer ja okay dann eliminieren wir das jawohl der ist eliminiert da wurde nämlich anscheinend schon niedergeschossen von den ganz normalen soldaten so wie es schien da eine herr dort so gut wir machen uns gleich wieder unsichtbar und den einen würde ich ganz schnell dort unten erledigen du bist okay lasst uns mal da abspringen hin so einmal schnell mitnehmen dich so zack und danach fahren wir schnell wieder ab so ein kopf haben wir jetzt schön hinten dran bisschen deko muss im leben auch sein so weg mit dir hier das nehmen wir auch mal damit so unsichtbar wieder machen auf das gebäude dort hoch ok kurz warten ok dorthin läuft er los den holen wir uns ich glaube der ist nämlich nur noch alleine kann das sein ok noch zwei leben nein meine unsichtbarkeit ist weg jetzt sollte ich mir gerade holen ich wollte nämlich mit narkampf wir holen ja das ist gerade wirklich mist so weiter hoch hier gut wo ist er nun schauen wir mal dort und dort sind die beiden ok einmal dort hinter so schuss aufladen schnell nein das ging komplett daneben ist ok er ist hier unten kämpfe jetzt auch gerade wieder gegen normale soldaten ok der einiger ist jetzt gerade alleine ich glaube das ist unsere chance hier zu erledigen los da stehen na los haha langsam enthaupten das machen wir mal das hatten wir nämlich glaube ich bis jetzt noch nicht gemacht bei denen doch oder doch das hatten wir schon mal gemacht ok gut jetzt hängt uns dort hinten nicht noch ein zweiter kopf hinten dran ok ich dachte eigentlich da hängt dann ein zweiter dran nein sondern das ist jetzt der aktuelle kopf bloß wo hier noch diese teile von den rippen oder was soll ist dranhängen also die knochen halt einfach sagen was einfach so meine rippen sind doch nicht ich bin doch ich bin schon verrückt die rippen hängt doch nicht am kopf ok ja ich bin wirklich verrückt halt gefahr ok schnell dahinter der holt wohl doch die anderen wieder oder was hat er vor was ist das mal weg verstärkung ist da wo stehen die denn da steht doch alleine nein nein da steht nicht alleine dort so ich will mal dieses netz hier nochmal probieren ich weiß nicht warum irgendwie klappt das bei mir mit dem netz nicht richtig ich setze das glaube ich irgendwie für schon falsch ein oder treff halt nicht ok leute wir müssen erstmal hier schnell weg die tun uns gerade ordentlich zusetzen ich glaube es ist noch weit bis die ihr ziel geschafft haben deswegen wir warten einfach mal ganz kurz bis sie sich vielleicht wieder ein bisschen mehr aufteilen einer ist ganz hinten alleine lass uns probieren den zu holen denn ich habe darin eigentlich ganz gut so mittlerweile eine kleine taktik wenn ich es jetzt einfach mal so entdeckt für mich immer probieren wenn einer mehr oder weniger alleine unterwegs ist den eher zu holen denn das ist glaube ich viel schlauer als auf alle gleichzeitig loszugehen also wenn die sich mal ein bisschen mehr trennen die spieler dass man dann so gesehen ja angriff macht weil die meisten so wie mir auffällt mittlerweile als predator ist misst 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 spielen halt alleine so macht doch schnell bitte ich habe rettet ihr auch ich habe rettet doch oh gott unsichtbar schnell und hier hoch dass er probiert um zu erledigen hätte ich jetzt nicht erwartet ich hätte eher gedacht er probiert hier sein ziel weiter zu machen gut 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 hey warum zeigst du mir an alles sind tot da war doch gerade noch ein anderer spieler tot 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 cold da läuft einer da hab ich ihn doch eben gesehen ist das kein echter spieler der dort auch der hat falsch schlamm dran oder ja das wird wohl sein blödes ding komm her drinnen konnte anderer spieler so wie es scheint und diese runde machen wir bis jetzt auf jeden fall auch ordentlich ip service scheint kann man sich heilen wenn man unsichtbar ist nein das klappt nicht mist dachte wir bleiben da vielleicht ein bisschen unsichtbar noch oder eher gesagt getarnt komplett unsichtbar sind wir ja nun auch nicht wunderbar hat einer geschossen wo kam das her wo kam das her ich glaube wir sollten dort ganz hinter wo hinten gerade sehr viel action ist der hochschne leute ansichtbar machen kein echter auch kein echter der ist echt komm komm jawohl ja entschuldigt mich für diese laute stimme oder eher gesagt diesen lauter rötenschrei ja dann was so geile runde meine erste jagd als predator wo ich jeden erledige und vor allem wie viele wir auch so enthauptet haben das war eine geile runde also die hat richtig bock gemacht ich hab so dermaßen bock auf die vollversion hat richtig laune gemacht die runde die hat richtig laune gemacht leute lasst bitte wenn euch das video gefallen hat einen daumen nach oben da um mich und den kanal zu supporten und auch um das projekt damit ich einfach weiß ihr habt bock auf viel mehr von diesem spiel und ja das war es an der stelle euch noch einen schönen tag haut rein tschüssi leute